Seit 1927 Familienbetriebsproduktion aus der Region für die Region. Ambross, wir können nur lecker. Unsere Metzgerei, inzwischen in der vierten Generation, legt bis zum heutigen Tag größten Wert auf Qualität aus eigener Herstellung. Unsere Fleisch- und Wurstwaren stammen ausschließlich von Tieren ausgesuchter, regionaler Partner. Deshalb lassen sich auch herkunft- und artgerechte Haltung leicht und lückenlos zurückverfolgen. Das in acht Jahrzehnten aufgebaute Qualitätsbewusstsein beginnt mit dem Vieh-Einkauf beim hiesigen Landwirt, der Weiterverarbeitung mit modernster Technik und nicht zuletzt der Veredelung durch unser ausgebildetes Fachpersonal. Frische und Qualität stehen im Mittelpunkt unserer Produktion. Von 1500 zugelassenen Zusatzstoffen in der Lebensmittelverarbeitung verwenden wir gerade mal sechs. Im Fleischfachgeschäft ist Qualität selbstverständlich. Wir produzieren aus der Region für die Region. Täglich frisch. von 1500 وج村 von 1500